Hallo zusammen, ich bin der Björn von Fit4Sleep und heute wollen wir das Thema Schlafergonomie angeben. Vorher aber nochmal kurz die Erklärung und zwar, viele Menschen glauben, dass sie über den Kauf eines Produktes alleine ihren Schlaf deutlich optimieren. Egal, was es jetzt für eine Produktart sein mag, aber es ist natürlich auch ein einfacher Weg zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt was und dann ist mein Schlaf total super. Das funktioniert aber leider nicht, denn es gehören ganz, ganz viele zusammen. Und die, die Fit4Sleep schon kennen, die kennen auch unser Rat, wo man genau daran erkennt, wie denn die Zusammenhänge sind. Schlaf ummantelt im Endeffekt alles. Das heißt also, Training, Ernährung, Soziales, Regeneration, also die verschiedenen Gesundheitssäulen, die es einfach gibt, sind von dem Schlaf in der Form ummantelt. Denn, nur als Beispiel, das Training. Ich kann so trainieren, dass ich besser schlafe. Ich kann auch mich so ernähren, dass ich besser schlafe. Und das Schöne dabei ist, wenn ich dann besser schlafe, wird der Trainingserfolg größer und vielleicht auch die Erfolge bei den Ernährungsumständen. Das heißt, das ist immer ein Zusammenspiel. Aber außenrum hängt der Schlaf, der wirklich darüber bestimmt, wie gut die anderen Gesundheitssäulen funktionieren. Und wenn ich die anderen Gesundheitssäulen vernünftig auf Schlaf abstimme, haben wir auch mehr Erfolg. Also alles zusammen und deswegen ein Rad, was rund laufen muss. Jetzt seht ihr aber dort so verschiedene Ecken. Das sind unsere Produktecken. Das bedeutet, wir haben dort zum Beispiel das Thema Licht aufgeführt. Licht ist unser Taktgeber Nummer eins und einfach enorm wichtig. Und über Lichtmanagement können wir sehr, sehr viel steuern, was das Thema Schlaf angeht. Die, die Fit for Sleep schon gemacht haben, die kennen das. Dann gibt es das Thema Tracking. Tracking, also es geht um Bewegungstracking, um Sport, aber auch um Schlaftracking. Und wichtig ist nur, man muss die Ergebnisse aus dem Tracking auch auslesen können. Also wir bei unserem Institut, Carol der Value, bieten dort auch Kurse und Ausbildungen an, wie man denn wirklich solche Auswertungen von Fitness, Gesundheits- und Schlaftrackern denn lesen kann, um auch da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und dann sieht man jetzt dritte Ecke, eben die Ergonomie, die Schlafergonomie. Okay, das ist das dritte, was wichtig ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich die drei Ecken aus dem Rad rausnehme, dann läuft das nicht mehr rund. Aber alleine über das Thema Ergonomie, Lichttracking, wie auch immer, komme ich aber nicht weiter. Es spielt alles zusammen. Und heute kümmern wir uns um das Thema Schlafergonomie, denn da gibt es unheimlich viele Dinge, die überhaupt keine Berücksichtigung finden und die man einfach wissen sollte. Fangen wir damit an. Was ist eigentlich ergonomisches Lieben? Relativ simpel. Das heißt, wir können ein ergonomisches Liegen dann erzeugen, wenn die Bettausstattung bestehend aus Unterfederung und Matratze inklusive Kissen so an den Körper angepasst ist, dass er seitlich gerade liegt beziehungsweise in seiner optimalen Wirbelsäulenposition. Also ergonomisch richtig. Das ist genauso gut wie ergonomisches Sitzen. Also daher und das eben ergonomisches Liegen. Ganz klar, kennt Bürostühle für ergonomisches Sitzen, also gibt es auch Betten für ergonomisches Liegen. Ganz klar. Aber diese Betten findet man nicht raus, indem man sagt, alles klar, wie groß und wie schwer bin ich denn, sondern es geht um Körperform. Und man sieht das hier an den Schattenbildern. Das heißt, jeder Mensch ist irgendwie anders. Also es gibt ganz selten zwei gleiche Personen, die die gleichen Proportionen haben. Also was Schulterbreite, Taille, Becken, Lordosetiefe angeht, diese verschiedenen Dinge. Das heißt, wir müssen individuell gucken, wer liegt denn auf dem System und das können wir nicht nur über Größe und Gewicht machen. Das heißt also, jeder Mensch ist einfach anders und so muss auch die Bettausstattung sein. Jetzt kann man sagen, naja gut, aber es gibt doch keine 80 Millionen Bettausstattung für 80 Millionen Deutsche. Nein, aber es gibt Systeme, die individuell angepasst werden. Und wir sehen hier wieder ein paar Schattenbilder. Ihr könnt euch vorstellen, natürlich haben diese Personen keinen Erfolg, wenn sie alle auf der gleichen Matratze oder im gleichen System liegen. Zumindest nicht, wenn es gleich eingestellt ist. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt nicht die eine Matratze für jeden, weil Physik fünfte Klasse, ja, wer damals aufgepasst hat, ja, Druckverhältnisse, der weiß, das kann nicht funktionieren, dass eine Matratze für jeden gut ist. Das geht eben einfach nicht. Also müssen wir darauf reagieren und es individuell anpassen. Das ist das Entscheidende, dass wir jede Körperform auch wirklich jeden Menschen vernünftig hinlegen können. Und das Ganze funktioniert aber nur über ein Zusammenspiel. Hier ist jetzt nur ein Beispiel unserer Fit4Sleep-Bettausstattung des Systems. Aber wir nehmen es wirklich nur als Beispiel, weil entscheidend ist nämlich das unten drunter. Und das wird häufig komplett vernachlässigt. Die Unterfederung sollte individuell einstellbar sein auf die Person, die obendrauf liegt. Und zwar nicht mit diesen Schieberegler von früher, fester, weicher, lalala, funktioniert da eigentlich selten. Sondern es geht im Endeffekt um höhenverstellbare Leisten in den Bereichen Taille, Becken, Schulter, oder je nach Ausbreitung, Hohlkreuz-Ausbildung natürlich, wie stark brauche ich da die Unterstützung. Also auf den Menschen angepasst, wird das Lattenrost so eingestellt, dass man alleine schon auf dem Lattenrost eigentlich ergonomisch gut liegt. Das Problem ist ein bisschen ungemütlich und ein bisschen fest, also muss eine Matratze oben drauf. Andersrum wird es schwierig. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir einfach nur eine Matratze, ohne dass ich das unten drunter berücksichtige, kann ich fest davon ausgehen, dass ich mindestens 30 Prozent des Liegens, also des ergonomischen Liegens vernachlässige. Jetzt sagt man wieder, okay, alles klar, was ist denn, wenn ich eine 30 Zentimeter hohe Matratze habe und die ist noch knallefest? Ja gut, dann liegst du sowieso nicht ergonomisch. Aber vom Grundprinzip her würde ich sowieso anders denken. Und das kann jeder mal für sich überlegen. Wenn ich doch die ergonomische Einstellung unten drunter hinkriege und wir schaffen über so ein System, und da geht es jetzt nicht nur um das Fit for Sleep Schlaf System, da gibt es auch gute andere Hersteller, aber dass ich alleine darauf ergonomisch liege, habe ich 60 Prozent des Liegens schon raus. Und das muss durch eine gute Matratze ergänzt werden. Und was machen denn die restlichen Prozente? Es ist doch klar, die nehmen Druck raus. Das heißt also, hier geht es zum Beispiel darum, so haben wir unsere Matratze konzipiert, dass sie weich ist, natürlich keine Hängematte, in der Mitte stützt, eine sehr, sehr weiche Schulterzone bietet. Und da kommen natürlich qualitative Dinge wie Verdunstung von Feuchtigkeit und, und, und. Ganz klar, aber vom Grundprinzip einfach mal von unten denken und sagen, okay, wenn ich auf die ganzen Körperformen, die ich dort gerade gesehen habe, in den Schattenbildern reagieren will, stelle ich einfach das unten drunter ein und ergänze das durch eine Matratze, die dazu passt. Fertig ist das Bettsystem. Gibt es viele gute Hersteller, viele gute Beispiele. Das ist jetzt eben das, was wir entwickelt haben. Aber vom Grundprinzip her, nur dass man versteht, das gehört einfach zusammen. So, jetzt kommt es aber leider so, dass man sagt, ah gut, jetzt kaufe ich mir das, ja, oder welches auch immer. Und dann habe ich das zu Hause liegen und bin ergonomisch eingestellt, vielleicht vermessen worden, wenn es richtig gut gemacht wurde. Und jetzt liege ich gut. So, und was passiert? Auf einmal kriege ich Rückenschmerzen, die ich vorher noch nie gehabt habe. Was ist denn da passiert? Ganz seltsam. Ja, aber einfache Erklärung. Und zwar, Thema Fehlhaltung fangen wir damit an. Jeder von uns hat Fehlhaltung. Jeder, der sich das Video anguckt, ich, die da draußen rumlaufen, ganz normal. Denn unsere Alltagsbelastung ist häufig sehr einseitig. Egal, ob das jetzt beruflich ist, durch gewisse körperliche Tätigkeiten. Das Ganze sitzen den ganzen Tag über, vielleicht viel im Auto, falscher Bürostuhl. Aber auch einseitige Belastungen beim Sport, im Freizeitverhalten, weiß ich nicht, wenn ich die Tasche zum Beispiel immer auf einer Seite trage. All solche Dinge führen zu Fehlhaltung. Das bedeutet also, man hat jetzt hier nur mal so ein paar Beispiele, irgendwas funktioniert, vielleicht von der Wirbelsäulenhaltung, nicht von der Beckenkippung, was auch immer es ist. Und jetzt kommen wir mit einem ergonomischen Bettsystem und legen diese Person gerade hin. Ja, was passiert denn dann? Dann werden die in diese ergonomische Position gebracht, aber liegen nicht mehr so, wie sie vorher gelegen haben, vielleicht auf einer durchgelegenen Matratze, auf einer nicht angepassten Matratze, weiß ich nicht, eine Federkernmatratze, 20 Jahre alt, eine Viskoschaummatratze, die nicht zuniert. Es ist ja mal vollkommen egal, wo drauf. Irgendwo hat der Körper sich über Jahre daran gewöhnt, wie in so einer Art Hängematte auch zu liegen. Und jetzt kommen wir und legen den Körper gerade. Das gibt Schmerzen, weil Fehlhaltungen da sind. Wir können aber natürlich nicht hergehen und können sagen, ja alles klar, durch unsere Matratze beseitigen wir Fehlhaltung. Ja, das geht natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Man muss einfach schauen, okay, welche Fehlhaltung hat man selber? Und das sieht man ja auch, wenn man eine Person normal hinstellt. Unsere Physiotherapeuten zum Beispiel, die sagen immer, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist richtig. Die lassen den Endkunden einmal auf und ab laufen und dann sehen die ganz genau, wo die Probleme sind. Das können gute Therapeuten. Und wenn man jetzt hier auf die Bilder schaut, nur mal als Beispiel, Thema Handynacken ist so ein Punkt. Das heißt, ich gucke mal aufs Handy. Das heißt, der Kopf ist unten. Und dadurch habe ich hier dementsprechend die Fehlhaltung auf der Zeit. Wenn ich aber immer nur nach unten gucke, ist doof, kann ich nicht gerade ausgucken. Also muss ich mich so bewegen, falle, verstärke ins Wohlkreuz und verstärke durch eine normale Alltagstätigkeit, wie aufs Handy gucken, meine Fehlhaltung. Und das ist ein Punkt, den muss man wissen, den muss man berücksichtigen, dass man nicht gerade sein kann. Jetzt ist nur die Frage, wie stark sind die Fehlhaltungen und die Muskelverkürzungen denn ausgebildet? Wenn es sehr, sehr stark ist, dann habe ich ein Problem mit einer ergonomischen Bettausstattung. Ist es nur leicht, kann die ergonomische Bettausstattung mir so lange weiterhelfen. Nicht, dass die dementsprechend mich wieder gerade rückt, aber zumindest so, dass ich wenigstens in der Nacht ergonomisch vernünftig liege. Weil das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Geschichte. Das heißt, tagsüber habe ich vielleicht meine Fehlhaltung durch die Handlungen, die ich gerade beschrieben habe. Aber am Ende ist es so, dass ich nachts dadurch keine Probleme kriege. Ist es aber so, dass ich erstmalig ergonomisch richtig liege durch die Verbindung aus guter Unterfederung und Matratze, dann kann ich natürlich sagen, okay, jetzt habe ich Schmerzen, was mache ich denn? Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe zurück zu meiner Hängematte. Wie gerade erwähnt, was Unzuniertes, wie auch immer, nicht Angepasstes, nichts Individuelles, vollkommen egal, ob die Matratze 200 Euro oder 2000 Euro kostet, spielt überhaupt keine Rolle. Vorher keine Schmerzen gehabt, jetzt erstmalig ergonomisches Bettsystem, Schmerzen. Was mache ich jetzt? Ja, alles klar. Ich gehe wieder zurück zu meiner nicht angepassten Matratze, zu meiner nicht angepassten Wettausstattung, zu meiner, weiß ich nicht, Federkern-Visco-Schon-Matratze, also das spielt keine Rolle, um da schmerzfrei zu liegen. Natürlich kann das gut sein, dadurch, dass es nicht individuell angepasst ist, dass ich wieder in die Fehlhaltung gehe. Das heißt, meine Fehlhaltung wird auch nach nachts unterstützt, über die ganzen Stunden, die ich da liege. Muss jeder für sich entscheiden, denn es gibt eine Lösung oder einen Teil zumindest. Und zwar, unsere Therapeuten haben einen Übungsablauf entwickelt, darauf ausgelegt ist, ergonomisch wieder liegen und schlafen zu können. Das heißt also, es geht darum, Muskelverkürzung, Fehlhaltung bestmöglich aufzulösen, damit der Körper nachts ergonomisch schlafen kann. Das heißt, ergonomisches Liegen hat zwei Teile, hat nämlich erstmal wirklich den Punkt der Basis, der Bettausstattung, die muss richtig sein, steuert über Unterfederung und Matratze, nicht nur ein Element, das wird ergonomisch angepasst. Und dann muss ich gucken, wie reagiert mein Körper, ist alles bestens oder tauchen Probleme auf, wo ich aber über einfache Übungen, Fehlhaltung, Muskelverkürzung beseitigen kann, um wirklich ergonomisch zu liegen. Nochmal kurz zurück, vom Grundprinzip wäre es immer gut, was für sich zu tun, mal unabhängig von der Bettausstattung, um Fehlhaltung, Muskelverkürzung einzuschalten. Das ist ganz klar, hat nicht nur was mit der Bettausstattung zu tun, aber die Übungen, der Übungsablauf, die Übungsabfolge, das ist ein Teil der Lösung. Aber es ist leider nur ein Teil der Lösung, trotzdem sollte ich beides ins Auge fassen, wenn ich diese Probleme habe. Sie sagen deswegen nur ein Teil der Lösung, denn unser Rat. Das heißt, es gibt viele, viele Dinge, die Schlaf beeinflussen. Und jetzt kann man sagen, ja, ja gut, aber wenn ich jetzt von mir aus Stress im Job habe und nachts mein Gedankenkarussell angeht, da kann doch meine Bettausstattung nichts führen. Ja, das ist richtig. In dem Moment stimmt das. Aber erstens soll die Bettausstattung das nicht verstärken, dass man nachts auch noch irgendwo Schmerzen hat, weil man falsch liegt. Entweder, weil man ergonomisch angepasst ist und der Körper es nicht mitmacht, oder weil ich sowieso eine schlechte Matratze habe, wo ich krumm und schief liege und mein Körper mir da schon die Signale gibt, dass was wehtut. Egal, wie rum. Wichtig an der Sache ist, es gibt noch einen ganz anderen Einflussfaktor. Und den möchte ich darlegen. Denn, da denken viele gar nicht drüber nach, aber es ist leider so. Den modernen Menschen gibt es ungefähr 300.000 Jahre. 300.000 Jahre. Und wenn wir uns jetzt mal Folgendes vorstellen, das heißt, der moderne Mensch hatte eigentlich immer die gleichen Tagesabläufe. Sonnenaufgang, aufstehen, jagen, wie auch immer, Sonnenuntergang, Augen zu schlafen. Also es war eine starke Regelmäßigkeit da. Was vor allen Dingen aber auch da war, war eine nicht sehr hohe Anzahl an Stressoren und Alarmreizen. Also Beispiel, da kommt der Säbelzahntiger um die Ecke, dann kommt natürlich eine klassische Stressreaktion auf, weil ich muss angreifen oder fliehen und diese klassische Stressreaktion passiert. War aber nicht so oft. War ja nicht so, dass irgendwie alle 10 Minuten euer Säbelzahntiger da stand. Das war definitiv nicht der Fall. Heutzutage haben wir aber so viele Belastungen, so viel Alarmreiz und Stressoren im Laufe des Tages, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Das führt zu einer Belastung, physisch, aber auch psychisch. Und das gab es noch nie in diesem Umfang. Das werden wir auch nicht ändern können. Wenn wir die 300.000 Jahre moderner Mensch sehen, dann ist das der Beginn am 1.1., also 1. Januar 0 Uhr 1. Und erst um halb sieben abends, am 31.12., am 31.12. abends um halb sieben, also Silvesterabend, passiert etwas. Da wird das öffentliche Licht eingeführt, wenn wir uns diese Zeitspanne vorstellen. Und ab da geht es richtig los mit Industrialisierung, Digitalisierung und so weiter und so fort. Um 23.30 Uhr kommt das erste Smartphone mit Steve Jobs auf die Bühne. Also das heißt, wir hatten das ganze Jahr über immer Regelmäßigkeiten und gar nicht so viele Stressoren. Und auf einmal am letzten Tag, am letzten Abend, prasselt alles auf uns ein. Und das sorgt für psychische, aber auch physische Probleme. Und um die physischen Probleme, da geht es mir jetzt, denn wir sprechen ja von Schmerzen und von Ergonomie. Das heißt, wenn es schlecht läuft, hier sind mal so ein paar Dinge in der Liste, dann führt diese Belastung zu diesen körperlichen Sachen. Und wenn da steht, wenn es schlecht läuft, muss man auch sagen, ja, eigentlich ist es bei sehr, sehr vielen Menschen so. Denn die Reaktion darauf, dass sich unser Leben komplett geändert hat, bedarf eigentlich dann zum Beispiel so etwas wie unserem Schlaftraining Fit for Sleep. Denn dort packen wir alles wieder bestmöglich in die zirkaidiane Rhythmik, individuell angepasst, alles das, was Stressoren angeht. Wir lernen, Stressoren zu verarbeiten. Um das Thema Stressoren nochmal aufzunehmen, ich hatte das so eben mit der Belastung. Wenn ihr sagt, ja gut, aber ich habe lange keinen Säbelzahntiger gesehen. Ja, das kann sein. Aber die Stressreaktion klassisch passiert am Ende des Tages so häufig. Das können Geräusche sein, das kann das Klacken einer Tür sein, das ist das Klingeln des Smartphones, das ist ein Kollege, der reinkommt, das ist das Schreien der Kinder, das ist ein Hund der Welt. Tausend Dinge. Und alles versetzt uns in Alarmreize. Das ist evolutionär drin. Das ist nichts, was wir erfunden haben. Das ist wissenschaftlich seit Jahrzehnten bekannt. Das ist nichts Neues. Da passiert immer das Identische, was den Alarmreiz angeht. Beispiel. Ein Geräusch. Ja, irgendwo. Was passiert? Wir spannen die Muskulatur an, ja, weil Angriff oder Flucht. Wir reißen die Pupillen auf, wir müssen ja gucken. Die Durchblutung steigt, gerade in der Muskulatur, aber auch die Herzfrequenz steigt nach oben. Gleichzeitig wird die Darmtätigkeit runtergefahren, denn verdauen müssen wir bei Angriff oder Flucht nicht. Auch die Libido wird runtergefahren. Denn Fortpflanzung ist gerade nicht unser Thema, wenn es darum geht, anzugreifen oder zu fliehen. Und ihr kennt das alle, wenn ihr euch erschreckt, dieses, was ist das denn? Das ist Einatmen von Luft ganz schnell in die Bronchien, weil wir brauchen in den Bronchien Luft, um anzugreifen oder zu fliehen. Jetzt könnt ihr sagen, das geht mir heute nicht so. Doch, es geht jedem Menschen so, jeden Tag hundertfach, bei jedem Geräusch, bei allem. Und immer wieder spanne ich die Muskeln an. Und die stärkste Anspannung, evolutionär eingeprägt, und auch bei dir, der hier gerade vorm Bildschirm sitzt, ist hier oben, im Nackenbereich. Denn wenn der Säbelzahntiger hinter uns herläuft und uns angreift, springt der hier oben hin. Und evolutionär eingeprägt ist beim Alarmreiz Anspannung sehr stark dieser Muskulatur, natürlich auch der restlichen Muskulatur, aber Anspannung Muskeln. So, ganz normal. Das heißt, Verspannungen den ganzen Tag durch Alarmreize, durch Stressoren, hier in diesem Bereich, kriege ich ja auch nicht weg, bloß weil ich mir ein neues Bettsystem kaufe und Schlafärgonomie mache und so weiter und so fort. Da muss ich ja mehr machen. Da muss ich mich um Stressmanagement kümmern. Das ist das, was wir bei Fit4Sleep machen. Das ist das ganze Rad mit allem drum und dran, um diese Verspannung auch zu lösen. Weil was hilft es mir, denn wenn ich zur Massage gehe, der versucht, das wegzukriegen, aber ich wieder 100 Stressoren im Laufe des Tages habe. Wohl gemerkt, das ist jetzt schon sehr weit vorgegriffen in unserem Programm Fit4Sleep, was auch 64 Tage dauert. Darf man nicht vergessen, das ist ja das Programm, was auch Krankenkassen zugelassen ist. Also da steckt was hinter. Wir haben es universitär validieren lassen und konnten damit nachweisen, dass das Programm auch erfolgreich ist und zwar diese Anpassung der Zirka-Dernrhythmik funktioniert wunderbar. So, und dadurch löse ich Stressoren auf. Ich lerne wieder zu regenerieren und ich lerne es, die Zusammenhänge zwischen Training, Ernährung, Regeneration, Sozialen und dem Schlaf außenrum wirklich individuell an mich anzupassen. Und diese Dreiecke aus unserem Rad, also Licht, Tracking und auch Schlafergen, die gehören dazu, damit das Rad rund läuft. Die sind die Basis. Das ist der Punkt. Aber wenn ich nur dieses Dreieck mache und dann noch nichtmals vernünftig, das heißt also irgendeine Matratze oder auch nur eine Matratze, ohne dass ich die Unterfederung berücksichtige, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich dann noch sage, ja, aber durch Fehlhaltung und Muskelverkürzung kann ich gar nicht ergonomisch liegen, dann entscheide ich, ist mir aber vollkommen egal, ich kaufe mir wieder eine Hängematte, dass ich weiter Fehlhaltung auch nachts habe, dann ist das eine persönliche Entscheidung. Aber dann kann man bitte demjenigen, der gesagt hat, hör zu, ich habe dich ergonomisch gut angepasst, egal ob das jetzt ein Schlaftrainer, ein Therapeut, ein Bettenfachender war, spielt ja mal gar keine Rolle, keine Vorwürfe machen, wenn man selber in dem Moment nicht bereit ist, auf den Rest zu gehen. Und der Rest wäre im Bereich der Fehlhaltung der Muskelverkürzung, natürlich Übungsabfolgen, ob das jetzt unsere Übungsabfolgen sind oder andere, die Therapeuten mit einem machen, spielt ja keine Rolle. Und dann sollte ich vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter hängen, sagen, okay, Thema Anspannung, Anspannung, Stressoren und so weiter, könnte ich auch überlegen. Also ich werde mit dem Thema der Schlafergonomie, der Wettausstattung nicht mal eben mein ganzes Leben umkrempeln können. Und wenn ich Schmerzen habe, seitdem ich ergonomisch angepasst bin, sollte ich nicht überlegen, zu sagen, oh, jetzt muss ich mir dann doch wieder eine Hängematte kaufen. Ich sollte mir lieber überlegen, zu sagen, okay, was kann ich noch ändern? Und dafür haben wir Fit for Sleep entwickelt. Alles klar. So, das war jetzt relativ viel zu dem Thema und auch so kleine Ausflüge in unser komplettes Programm. Aber nur so versteht man Schlafergonomie. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwo neue Impulse gebracht hat, vielleicht auch neue Ideen. Und wir sehen uns, wenn auch nicht bisher geschehen, vielleicht bei Fit for Sleep. Alles klar. Danke, euer Björn.